na wen interessieren eigentlich noch die märkte ein tag vor dem weihnachtswochenende naja euch offensichtlich genauso wie mich ich gucke natürlich auch noch mal drauf wenn ich auch sagen muss dass meine aktivitäten sich weitestgehend auf das nachziehen von stops und weniger auf das eingehen neuer positionen ein pendeln denn ich muss ganz klar sagen dass ich zwischen den jahren bei dem dann doch geringen volumen bei dem bei der abwesenheit vieler marktteilnehmer naja dann doch sage da muss man dann vielleicht noch mal mit einem anderen bewegungsverlauf rechnen doch gucken wir uns erst mal an wie es aktuell aussieht fangen wir mit dem dow jones an der ist ja noch in voller blüte der läuft ja noch ein paar stunden und dann sehen wir das war so dieses umkehrmuster was wir gestern auf tagesebene mal gesehen haben ein engulfing pattern die rote kerze entgulf also umschließt die grüne und mancher eine der sich auf diese charttechnik beruft der wird sicherlich überlegen hier an der stelle short zu gehen das wäre zumindest mal die klassische lesart das ganze wäre vorbei wenn der kurs den oberen kurs den oberen punkt dadurch stößt also ich mache das noch mal groß dann sieht man es ein bisschen besser die 38 auf der oberseite etwa der hochpunkt ist leicht zu finden und das tief vom 20 dezember im future das wäre dann auf der unterseite ungefähr bei 37.400 die spannen an dem tag war ja relativ hochwerten heftige bewegung aber so ist es halt das wäre zumindest ein short signal wenn der kurs da dreht ja ich rede von short signalen aber der kurs geht nach oben rüdiger da ist ja nichts mit short ja tatsächlich die frage ist wollen die marktteilnehmer diese karte ziehen dafür müssten sie um das ganze zu aktivieren das tief hier durchstoßen die unterseite also das haben sie bisher nicht getan also insofern noch gibt es da nicht wirklich zu sehen dass da druck nach unten aufgebaut wird eine chance zu den sogenannten strohhalm zum zugreifen der wird ihnen hingehalten den bären allerdings sagen die müssen wir doch nicht wissen wir doch nicht oder ne offensichtlich wollen sie es aktuell noch nicht und dementsprechend noch natürlich nicht mit aktiven shorts das ganze versehen aber eine möglichkeit den stopp jetzt hier hinzusetzen also wer long ist der kann natürlich sagen naja gut wenn ich ein short signal kriege da muss ich ja nicht unbedingt long noch drin bleiben also das wäre eine möglichkeit solange es aber weiter hoch geht naja kann man ja die aufwärtsseite weiter spielen vielleicht trotzdem noch mal ein blick auf den 15 minuten chart hier und da hatten wir ja drüber gesprochen das war diese schnelle bewegung mehr oder weniger einwellig runter die bewegung die wir jetzt hier nach oben haben naja die mutet schwächer an das muss man ganz klar sagen wir hatten zwischendurch hier rücksetzer ein bisschen unterschiedlicher größe die aber doch irgendwie alle überschneiden also wenn ich vergleichen sollte was war die stärkere richtung in der letzten zeit seit diesem hoch abwärts oder aufwärts dann würde ich sagen die abwärtsseite das bedeutet dass brüche der unterseite notfalls des trennkanals aber ansonsten dieser unterseiten durchaus ebenfalls schon shorts aktivieren können das von mir eben im tageschart gezeichnet das wäre quasi diese marke hier unten also das t25 hatten wir ja gesagt wenn du da durchgeht dann wäre das quasi auf tagesebene der short und diejenigen die intraday gucken wollen die haben vielleicht schon die chance hier am 21 19 uhr 15 in etwa oder am 22 14 30 da als short entries als frühere als vorgezogene short entries mit aufzunehmen mit der typischen mindesterwartungshaltung dass das was wir hier vorne haben da hinten noch mal passiert und weil es ja auf lagesebene ebenso ein short signal war eben auch noch deutlich tiefer also man muss da noch nicht unbedingt beim mindestziel also sprich mindestziel für den fall also ist jetzt keine ankündigung dass der kurs jetzt dreht aber für den fall dass er dreht und man hier dann entsprechend einsteigt wäre ja so diese eins zu eins situationen etwa das mindestziel das wäre dann hier ungefähr wenn es hierbei bliebe bei 37.250 wie gesagt wenn er ein bisschen höher geht dann wandert der punkt natürlich auch ein bisschen höher aber das ist zu wenig im prinzip für dieses gesamtbild da würde ich dann eher sagen naja wenn das wirklich jetzt zum dreh kommt dann sollten wir auch noch ein bisschen tiefere chancen haben als nur bis was haben wir gesagt 250 irgendwie sowas ein bisschen arg wenig also vielleicht dann ja in die box die wir hier immer eingezeichnet haben also ich kann es ja auch mal symbolisch noch mal tun tiefster punkt höchster punkt und die klassische retracement also rückzieher box irgendwie in dem bereich 36.000 34.500 wundern würde es mich nicht ich fände es gut es gibt viele anzeichen aber wie das bei wettrennen so ist solange der startschuss nicht fällt macht loslaufen noch keinen sinn ich weiß viele sagen ja aber ich könnte aber es macht keinen sinn erst wenn der startschuss fällt wenn die grünen ampeln angehen dann wird los gerannt gefahren was auch immer also vorläufig ist da eben noch nichts zu holen aber dieses short signal ist also nichts ja doch sagen wir szenario signal klingt schon so wie ja also doch schon los nee genau eben nicht aber dieses szenario ist gegeben aber es ist eben nicht getriggert und dementsprechend wartet das noch auf erfüllung das bitte immer vor augen halten nicht vorzeitig zucken das führt ja beim rennen zur disqualifikation und beim an der börse eben vielleicht zum minus trade wenn man dann auf der falschen seite mit dabei war warum rede ich die ganze zeit so negativ es steigt doch kann man da nicht noch long gehen ja kann man natürlich dafür gehen wir wieder auf den 15 minuten chart der 15 minuten chart intern zeigt natürlich immer wieder starke aufwärtsbewegung aufwärts pause ja ja so a b c hier zurück auch das ist relativ stark allerdings muss man sagen das finde ich fast drei weil ich da bin ich nicht so ganz glücklich das ist durch den nachthandel sehr gedehnt da muss man immer mit rechnen dass sich das zieht manch einer guckt dann lieber nur auf den index da sagt dann habe ich den krempel da nicht mit drin allerdings während der europäischen zeiten sind ja dann doch wieder viele geschäfte da also ihr seht hier also hier war das ziemlich langweilig weil jeder gesagt hat ach komm muss ich nicht mich mit beschäftigen aber hier als europa dann gesagt hat wollen wir noch mal da ging hier ja auch wieder ein bisschen mehr bewegung los die eigentliche dann 14 30 nochmal und naja dann eben im nachmittagsverlauf das ganze na gut also insofern ist diese bewegung die wir hier im moment nach oben haben eine starke bewegungsrichtung und wer jetzt ist gar nicht verkneifen kann der kann zumindest mal schauen ob wir hier in der nächsten zeit korrektiv runtergehen das wäre fünffällig zum beispiel hier runter ich mache das mal hier so andeutungsweise 1 2 3 4 5 möglicherweise wenn es dann mal wackelig runter geht kann man noch mal gucken ob man sagt komm hier noch mal ein feierabend geschäft hier machen und dann noch mal versuchen auf die langen seite aber wichtig achtet darauf dass das wirklich korrektiv ist das ist ganz wichtig denn wir haben schon gesagt es ist durchaus nicht unmöglich nicht unrealistisch dass ja das ging zwar steil hoch aber das ist dann damit hier auch irgendwo das ende und damit geht es dann hier in die abwärtsrichtung das ist nicht absonderlich das ist nicht eigenartig sondern es etwas ganz 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 typisches und um das eben im kalkül zu haben und eben sich dagegen wehren zu können also damit man da nicht darunter leiden muss achtet drauf ob das korrektiv ist also wenn das hier an der stelle korrektiv ist korrektiv wackelig irgendwie sowas in der richtung ist das ein zeichen für starken anstieg der vorher war schwache korrektur und danach eine fortsetzung wenn der kurs jetzt dann sagt naja wir machen jetzt die abwärtsseite dann ist auch wieder mit relativ starken bewegungen nach unten zu rechnen das muss jetzt vielleicht nicht ganz so krass sein wie es da ist aber eben vorrangig stark die abwärtsseite und vorrangig schwach die aufwärtsseite also insofern ist das etwas was ihr im hinterkopf haben könnt wenn ihr kurz vor weihnachten noch mal das ein oder andere geschäft machen wollt wäre das etwas was man da im auge behalten könnte das beim s&p jetzt nahezu identisch nur der unterschied ist also auch hier sind wir auf der short seite nicht getriggert worden gleiches grundsätzliche bild für die hardcore candlestick operateure ich mache es noch mal groß hier war die wendemarke wo wir gesagt haben eine wende wäre realistisch hier wäre der short trigger für diese charttechnische situation wenn es da oben durchgeht dann ist hier dieser short rauszunehmen also dann ist das diese idee eigentlich vom tisch ich kann nicht sagen nee nee das ist eine wendeanzeige und dann geht er noch höher sprich wenn er bevor er getriggert hat höher geht ja dann ist das unwichtig geworden dann ist also die short seite nicht mehr so klassisch und das deutet sich so ein bisschen an hier wenn ich mir das anschaue beim s&p alleine dadurch wenn ich mir angucke wie hoch ging denn der punkt wieder wir messen das immer ganz gerne höchster punkt hier das ist der startpunkt der abwärtsbewegung dass der endpunkt der abwärtsbewegung wir wollen wissen wie hoch war das gezuppelt hier hinten auf der gegenseite und dann seht ihr wir sind durch die 78 sechser und statistisch gesehen ist wenn er dadurch geht die wahrscheinlichkeit dass das passiert nur noch zehn prozent eigentlich unter zehn prozent also schub runter wackelig hoch super aber dadurch dass er hier durch ist ist dieses szenario fragwürdig geworden zehn prozent heißt aber nicht unmöglich das kann man trotzdem handeln also die erhiertwellen freunde werden das vielleicht im hinterkopf behalten noch aber wir zumindest sind dann aus der long über entschuldigung aus der short überlegung nach diesem ansatz raus das heißt wir werden hier jetzt nicht versuchen hier oder hier adäquat rein zu gehen und wer es beim dauer feststellt der sagt da wir sind unter der 78 6 beim dauer würde ich das sogar noch machen und wer sich jetzt sagt das passt aber ja dann nicht naja es ist ja denkbar dass der halt ein bisschen runter geht und der dauer dann eben tatsächlich irgendwo noch tiefer dann fällt und das anschließend dreht im moment gibt es aber dafür keine anzeichen also im moment ist das alles ein sehr akademisches gespräch was wir hier in der richtung uns überlegen solange die starke seite hoch ist die schwache seite abwärts ist ist es wohl eher die long seite das gleiche gilt hier hinten auch noch also wenn ihr unbedingt noch kurz vor weihnachten was machen wollt solltet ihr euch daran orientieren ich muss persönlich sagen guckt mal ob ihr nicht doch noch das ein oder andere geschenk bastelt kauft gemalt was auch immer ich weiß nicht wie ihr das zuhause handhabt oder gemalt bekommt aber da würde ich sagen eher wahrscheinlich mal zurücklehnen und sagen muss ich mir das jetzt hier noch antun ich würde sagen wahrscheinlich eher nein grundsätzlich gilt hier das gleiche auch hier die abwärts seite hier als möglicher short trigger wäre gegeben ich hatte gestern schon erwähnt ich will es nicht noch mal breit treten aber das ist gleichzeitig hier ein born bar und dementsprechend also ich kann das hier noch mal kurz anzeigen ich habe das ja rausgegeben ihr habt die werte als trade des tages beziehungsweise ja über telegram gesendet bekommen so dass ihr dann auch für die long seite dann noch gerüstet seid wenn ihr das trotz der weihnachtsfeiertage entsprechend machen wollt soweit die indizes aus amerika der dax naja also ich glaube über den dax müssen wir jetzt heute nicht so groß mehr reden es hat sich nicht großartig was verändert zu gestern ihr seht das war gestern das war heute da kann man sagen das war wohl null nummer und deshalb bevor wir das thema breit treten machen wir doch lieber was schöneres kurz vor weihnachten das bringt mich natürlich auf ein spannendes thema wie geht es denn jetzt weiter nach weihnachten zuerst mal der hinweis in deutschland ist ja zwei tage weihnachten insofern ist das ein bisschen entspannter die situation in amerika ist traditionell der zweite weihnachtstag natürlich die börse schon wieder offen deshalb für diejenigen die da schon ein bisschen gucken wollen stops nachziehen wollen sollten da ein wenig ein augenmerk schon mal drauf werfen dass es da eventuell schon mal bewegung gibt wir werden hier auf dieser plattform die videos am mittwoch fortsetzen zumindest mal mit einem kleinen update ich weiß nicht ob es sich großartig lohnt was zu machen aber wir werden einen kurzen blick drauf wagen also wenn ihr lust habt wenn ihr wollt merkt euch jetzt schon mal vor der mittwoch der bietet uns das nächste mal die chance dass wir uns gemeinsam hier treffen auf dieser seite und schauen wie die aktuelle situation aussieht vielleicht auch ein gefühl zu bekommen wie die situation eben zwischen den jahren also zwischen weihnachten und neujahr aussieht da schauen wir uns dann gerne an das heißt dass ich euch an dieser stelle alles alles gut alles liebe zu weihnachten wünsche ein fröhliches ein friedliches ein besinnliches je nachdem wie ihr es begehen wollt im kreise eurer lieben oder lieber ganz alleine oder wie auch immer es möge ein tolles fest für euch sein es möge der die zeit sein ein bisschen mal abzuschalten ein bisschen runter zu fahren sich selbst wieder ein bisschen auf die wesentlichen sachen im leben zu besinnen wir alle lieben die märkte wir alle lieben die börse aber es gibt auch andere sachen freut euch in den nächsten tagen erstmal darauf dafür wünsche ich euch eine wunderbare zeit und dann freue ich mich wenn wir uns in kürze wieder über unser anderes schönes thema nämlich die märkte dann unterhalten können meine allerbesten wünsche frohe weihnachten ich habe es die märkte man telle die märkte dann in den nächsten tagen ein aussieht zwei